Hallihallo und guten Tag, willkommen zu diesem neuen Video und ich möchte gleich vorweg sagen, es wird nicht um das Thema Haus gehen. Die Leute, die mir jetzt schon etwas länger folgen und die Videos fleißig gucken, die können sich vielleicht schon denken, worum es geht. Ja und jetzt sollte hier eigentlich ein Intro kommen, aber es gibt noch keines zu diesem Thema. Es gibt eigentlich noch gar nichts zu diesem Thema. Ja, das ist das allererste Video aus dieser Themenreihe und jetzt können wir die Katze ja aus dem Sack lassen, obwohl Katze passt nicht so ganz so gut. Es geht um den Hund, um das Thema Hund. Ja, da hatte ich ja, ich weiß gar nicht bei welchem Video, bei ein paar älteren immer mal was angesprochen. Da ging es ja auch um das Thema Zaun. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann sehe ich ihn. Ich habe übrigens da noch eine Kamera stehen. Die zweite, manche werden die auch schon kennen und vielleicht kann ich jetzt hier so eine A-B-Kamera-Situation machen, wenn ich so rüber gucke. Und wenn ich hier hingucke und wenn ich da hingucke. Mal sehen, ob ich es überhaupt mit reinnehme. Wenn nicht, dann seht ihr mich hier nur nach links und rechts gucken und wisst gar nicht, was ich meine. Ja, was ist überhaupt los mit dem Thema Hund? Was soll da kommen? Das Ganze wird natürlich und ich hoffe, dass ein bisschen Zeit mit sich bringen, weil der Hund wird ja hoffentlich lange bei uns bleiben und wir werden hoffentlich lange was von ihm haben. Und genauso wie ich das beim Thema Haus gemacht habe, möchte ich das auch so ein bisschen mit dem Thema Hund handhaben. So von Anfang die Schritte bis immer mal so ein paar Updates, was wir so anstellen mit dem Hund. Ich dachte mir auch, und das ist ein ähnlicher Ansatz wie bei den Hausbau-Videos, zu dieser Hunderasse findet man erstaunlich wenig im Internet. Man findet viel über die bekannten Hunderassen und diese Hunderasse, da findet man jetzt nicht so viel. Und vielleicht ist es gerade im deutschsprachigen Raum dann mal interessant, wenn gerade auch Hundeanfänger mit dieser Hunderasse mal ein bisschen Videos machen. Und es ist nicht eine ganz unbekannte Rasse, aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, da findet man nicht sehr viel. Ich habe hier vor mir ein paar Themen stehen, die ich mir einfach mal aufgeschrieben habe, damit ich was habe, wo ich mich dran langhangeln kann. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne in die Kommentare. Gerade wenn die zum Thema Hund sind, dann passt das hier natürlich sehr gut. Und wenn das viele werden, dann machen wir auch so eine Art Frage-Antwort-Video. Hier sind natürlich nur so ein paar Fragen, die jetzt mir eingefallen sind, vielleicht über die Zeit, dass da noch mehr kommen. Und wenn sich dann so ein paar angesammelt haben, dass wir dann ein Frage-Antwort-Video machen, wo wir dann darauf eingehen können. Ich weiß nicht, ob ich alleine oder meine Frau und ich zusammen. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Also wie gesagt, wenn euch hier Fragen oder Themen fehlen, dann sagt das gerne, stellt die Frage gerne und wir gucken. Aber dazu sei gesagt, das Ganze ist noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Das ist hier das nullte Video sozusagen. Wir haben noch keinen Hund. Er ist noch nicht mal geboren. Er ist schon in der Mache sozusagen. Also initiiert wurde es schon. Und ich erzähle jetzt einfach mal drauf los. Ganz oben steht bei mir, warum Hund? Warum überhaupt ein Hund? Viele denken sich jetzt vielleicht, ja, ja, ist ja gerade Corona. Da wollen sie alle einen Hund haben, weil sie zu Hause sind. Kommen wir gleich zu. Das Ding ist, meine Frau, die Sakura und ich, wollten eigentlich schon immer, immer, immer einen Hund haben. Bei mir war es so, es ging in meiner Kindheit nicht. Meine Mutter, oder sagen wir mal meine Eltern, aber gerade meine Mutter, war schon immer sehr, sehr tierlieb. Egal ob Hund, Katze, Pferd oder sonst was. Passt natürlich, wir wohnen ja relativ auf dem, oder beziehungsweise wohnten dann damals auch relativ auf dem Dorf, tun wir ja jetzt wieder. Aber sie ist und war allergisch. Das ging sogar so weit, dass, ich weiß nicht, irgendwann war ich mal bei einem Arzttermin dabei und dann hat der Arzt mich gefragt, Na kleiner Jan, möchtest du lieber eine Mama oder einen Hund? Und ich kriege die Geschichte heutzutage immer so aufs Brot geschmiert, dass es dann hieß, ja, und da hat er echt lange überlegt. Ja, ich glaube das zwar nicht, ich glaube, ich war ein sehr netter kleiner Junge und habe dann sofort gesagt, natürlich eine Mama. So durfte unsere Familie niemals einen Hund haben, trotz, ja, Zeit wäre vielleicht da gewesen. Der Wohnraum hier schränkt jetzt auf jeden Fall da nicht ein. Es ist leicht, hier einfach mit dem Hund zu gehen, den laufen zu lassen und so weiter. Und der Tierliebe, die wäre auch da gewesen, aber naja, ging nicht. Also war uns das immer verwehrt und natürlich hatten viele Freunde damals um mich rum Tiere und gerade auch Hunde. Und ich war immer sehr neidisch und war immer sehr happy, wenn ich mit den Hunden was machen konnte. Und ich habe auch nie verstanden, warum die denn so alltäglich, so larifari mit ihren Haustieren umgehen. Das muss doch total toll sein, einen Hund zu haben. Das muss doch super sein. Das muss doch, ich würde doch jeden Tag mit dem rumhampeln und so weiter. Da habe ich dann, glaube ich, nicht beachtet, dass das Tier halt zwar zur Familie gehört, es wird geliebt, aber es ist dann halt auch Alltag. Du machst nicht jede Minute was mit dem Tier. Das ist dann halt auch mal da und du machst mal nichts damit. Für mich als jemanden, der keinen Hund hatte, war das nicht vorstellbar. Von daher, auch bei meiner Frau ist diese Sache mit dem Hund auch schon immer da gewesen. Tierliebe, die hatten wenigstens eine Katze, aber ein Hund ging nie und so weiter und so weiter. Also kommt das bei uns zusammen und jetzt wollen wir dann auch mal. Das mit Corona ist bei uns außen vor. Wir kriegen natürlich mit, dass um uns rum ganz viele Leute Hunde bekommen und viele sich denken, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt ist ja Homeoffice. Ach guck mal, jetzt kann ich mich um den Hund kümmern. Und dann nicht darüber nachdenken. Ich will nicht sagen, dass das alle machen, aber man hört von vielen Ecken, auch von Tierheimen und so weiter, dass das gerne mal der Fall ist. Nicht darüber nachdenken, wie ist denn das eigentlich nach Corona, wenn ich mal wieder normal arbeiten gehen muss. Bei mir muss ich dann leider sagen, obwohl in dem Fall ist es ja ein Vorteil. Ich habe ja die Sache mit dem Rücken. Die war viel, viel früher, bevor wir uns für einen Hund entschieden haben, also vor der Entscheidung zu einem Hund, wo diese Sache da war mit, ja, lieber Herr so und so, passen Sie mal lieber auf, dass Sie nicht so viel Auto fahren. Dann schonen Sie sich, machen Sie Ihre Übungen und der ganze Sermon habe ich ja auch mal in einem Video erzählt, wo ich dann sowieso eingeschränkt bin, zur Arbeit zu fahren, weil ich habe ja einen relativ weiten Arbeitsweg. Zwei Stunden am Tag wären das und ich merke, Autofahren ist bei mir so eine Krux. Da bin ich also schon eingeschränkt und das bedeutet, an allen anderen Tagen der Woche ist jemand da und den einen Tag in der Woche, das kriegen wir auch geregelt. Es ging also immer konkreter darauf hinaus zu sagen, warum sollen wir uns nicht eigentlich einen Hund holen? Wir haben hier einen guten, wir haben hier Platz, wir haben hier Zeit, wir wollen uns drum kümmern, wir sind verantwortungsvoll. Und irgendwann war es dann so weit, dass wir gesagt haben, ja, warum denn eigentlich nicht? Lass doch mal konkreter darüber nachdenken, wie würden wir das durchplanen? Dienstags, meistens dienstags, bist du nicht zu Hause? Könnte ich da was machen? Planen das durch, haben uns informiert, haben viel Material gewälzt und so haben wir fast zehn Monate daran rum überlegt, immer mit Für und Wider und Hin und Her. Auch überlegt, guck mal, Nachbarn könnte man vielleicht im Notfall auch mal fragen, da muss man ja auch dran denken, kann man ja nicht einfach blauäugig reinlaufen. Manchmal überlegen wir auch ein bisschen zu viel, ja, aber lieber zu viel als zu wenig. Und dann war eigentlich nur noch die Entscheidung, welche Rasse. Okay, lass uns das machen, lass uns das versuchen, welche Rasse. Und da in Verbindung auch Tierheim oder nicht. Ich muss mal da gerade gucken, da hat es geleuchtet. Warum leuchtet es da? Moment. Meine Actioncam, die da ist, sagte Temperatur zu hoch. Wird die kleine Kamera etwa zu warm? Was ist denn da los? Naja, jetzt werden wir auf die zweite Kamera auf jeden Fall verzichten müssen. Ich weiß nicht genau, was sie überhaupt aufgenommen hat, aber da muss ich ja nochmal gucken. Ist auch ziemlich warm hier drin. Äh, dazu sei gesagt, wir sind keine, die jetzt irgendwie, oh, wir wollen unbedingt diese eine Rasse haben. Es muss ein Rassehund sein. Ist uns völlig schnurzegal. Damit in Verbindung ist aber auch Züchter oder Tierheim. Ein Züchter züchtet ja eine Rasse. Ich glaube, weiß ich nicht, gibt es Mischlingshundzüchter? Ich glaube nicht, ne? Und wir haben uns am Anfang sehr für Tierheimhunde interessiert. Weil man natürlich auch möchte, da ist auf der einen Seite, wenn man eine bestimmte Art Hund, da komme ich gleich noch zu, im Tierheim erwischt, ist das ein fertiger Hund. Für Anfänger vielleicht gar nicht schlecht. Und man hätte auch noch einem Hund ein neues Zuhause gegeben, die hätte die Tierheime entlastet. Und wir haben hier in der Umgebung uns eins, zwei, drei, vier, vier oder fünf Tierheime immer mal so warm gehalten. Immer mal jede Woche oder im Tagesrhythmus mal geguckt. Hey, was haben die für neue Hunde? Weil man natürlich auch öfter liest, nicht für Anfänger geeignet. Das ist ja beim Tierheim gerne mal. Und dann gibt es nur verschiedene, ja, aus der Auswahl der Hunde, verschiedene, die überhaupt für Anfänger da sind. Und wir haben Informationen gesammelt, nachgefragt, mit Nachbarn gesprochen, die hat fast jeder im Umkreis schon den zweiten oder dritten Hund. Und dann hat sich langsam etwas herauskristallisiert, was wir gar nicht so kannten am Anfang. Nämlich, dass das mit den Tierheimhunden heutzutage, und die Erfahrung haben wir einfach gemacht, ich will nicht pauschalisieren, das ist nur unsere Erfahrung, ein bisschen schwierig ist. Und zwar im Hinblick auf Rettungshunde aus, ja, sagen wir mal, im Hinblick auf Rettungshunde. Da gibt es ganz viele Meinungen, auch tatsächlich von, ja, sagen wir jetzt mal, fachkundigen Personen, Tiertrainer und so weiter, die sagen, Vorsicht, liebe Anfänger, vor diesen Rettungshunden. Es ist, oder, hm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das schwieriger wird, als mit anderen Hunden, sage ich jetzt mal. Hat auch gewisse Gründe. Ich will das jetzt hier nicht komplett platttreten oder ausführen, das würde hier vielleicht ein bisschen zu weit führen. Wichtigster Punkt ist zum Beispiel, sagen wir mal, in Rumänien ist ein Hund gerettet worden, ansonsten war der vorher ein freilaufender Hund. Der Hund, der wurde nicht erzogen, der konnte morgens raus, vielleicht hatte er ja ein schönes Haus, eine schöne Familie, aber die Mentalität ist in Richtung, hier Hund, lauf, lauf durch den Ort, lauf, mach dies, mach jenes und am Abend kommst du wieder, du hast ja Hunger. Der Hund durfte alles machen, der Hund kannte keine Stubenreinheit, weil draußen war seine Welt, das war sein Revier. Er kannte keine Erziehung, er kannte keine Menschen, er kannte das Leben im Haus nicht, Leben mit der Familie nicht so sehr. Das ist jetzt nicht bei allen Menschen in Rumänien so, aber man sollte vorsichtig sein. Ist aber auch nur ein Aspekt von der ganzen Geschichte. Uns als Anfänger hat es aber ein bisschen, jetzt sag ich mal abgeschreckt, von vielen Seiten zu hören, seid vorsichtig mit den Rettungshunden. Auch tatsächlich persönliche Erfahrungen, zum Beispiel die Nachbarn gegenüber. Super netter Hund, ja, jetzt, sagen sie, da haben wir viel Arbeit reinstecken müssen. Und das hört man halt sehr häufig. Und dann sind wir dazu übergegangen und zu sagen, hör mal, sind wir vielleicht die Falschen, die sich so einen Hund, der sehr viel Erfahrung benötigt, um ein schönes Leben zu haben, sind wir vielleicht die Falschen als Hundeanfänger, sollten wir das Ganze anders angehen. Und dann haben wir uns über die Seite Züchter entschieden. Auch da hast du natürlich eine große, große Verantwortung, wenn du dir einen Welpen holst, du musst ihn ja schließlich erziehen. Das ist ein kleines Lebewesen und du bist dafür verantwortlich, dass aus diesem kleinen, unbeholfenen Lebewesen ein Erwachsener und im Leben stehender, sicher im Leben stehender Hund wird. Du hast es allerdings auch leichter, wenn du die Sachen richtig machst, du hast sie ja noch in der Hand, dann kannst du das schaffen und dann hast du einen Hund für den Rest seines Lebens, diese Jugend- und Prägefase sind ja nur ein paar Monate, mit dem du es leicht hast. Und dann hast du es drauf. Dann kannst du dich vielleicht auch daran wagen, einen Hund, der nicht mehr so gut erziehbar ist, weil diese Prägefase ist dann vorbei, zu handeln, in die richtigen Bahnen zu biegen, sagen wir mal so, wenn da schon was verkorkst wurde oder nicht beigebracht wurde oder sonst was. In den jungen Jahren. Dann kannst du das, dann hast du das Rüstzeug dafür und für diesen Weg haben wir uns dann auch letztendlich entschieden. Wie gesagt, dahinter steht überhaupt nicht, dass wir irgendeine Rasse unbedingt wollen oder irgendein Aussehen des Hundes. Uns wäre Mischling genauso lieb wie das andere, als dann aber die Entscheidung gefallen war auf einen Hund vom Züchter. Ja, für welche Rasse haben wir uns denn da entschieden? Jetzt sind wir endlich beim Punkt und da haben wir uns für den Collie entschieden. Kein Border Collie, sondern ein Langhaar Collie oder Rough Collie, auch auf Englisch genannt. Und ja, warum überhaupt? Warum ein Love Collie, ein Rough Collie oder ein Langhaar Collie? Diese Rasse war überhaupt nicht auf dem Schirm. War nie so das Interesse da und dann war die Rasse auch schnell wieder weg. Außerdem laufen hier, wir haben hier sehr viele Hunde, diese typischen Rassen, zumindest was ich so immer sehe rum oder was man so findet, wenn man auf YouTube mal nach Videos schaut und so weiter, ist halt der typische Golden Retriever oder Border Collie. Ein Mops ist ja auch gerne gesehen oder so. Ein Labrador, das sind so für uns typische Hunde. Huskies findet man erstaunlich oft auch. Collies hat man nie so auf dem Schirm gehabt. Natürlich kennen alle Lassie, aber trotzdem. Ich fand Lassie ehrlich gesagt nie so toll. Ich fand Lassie die Serie, über den Hund kann ich nicht sagen. Ich kann nur über den Hund in der Serie was sagen. Ich fand Lassie mal so ein bisschen, okay. Deshalb war der eigentlich ein bisschen außen vor. Und dann kam YouTube. Ich weiß, der Grund ist total bescheuert. Wir haben einen Kanal entdeckt und dieser Kanal, in diesem Kanal geht es um Videos, wo jemand Camping und Bushcrafting und so weiter, Ausflüge, Fishing und so weiter macht. Ein Amerikaner. Und der hat einen Collie namens Monty. Matthew Poser. Vielleicht kennen den sogar welche. Vielleicht verlinke ich ihn auch. Und dann wird er sich sicherlich freuen, dass ich, kleiner YouTuber, ihn verlinkt habe. Falls ihr den kennt und immer guckt, dann grüßt mal von mir in den Kommentaren. Mal sehen, ob da was kommt. Aber ich glaube nicht. Der ist ein ziemlich großer YouTuber. Auf jeden Fall haben wir ihn irgendwann entdeckt und dann ist er da immer mit seinem kleinen Hund, also klein ist er nicht, mit seinem normalen Collie, durch die Gegend gewandert, hat Ausflüge gemacht. Und dann haben wir die Rasse Collie anhand dieses Hundes kennengelernt. Wir fanden diesen Hund halt sehr toll. Die Videos sind nebenbei auch toll, super lustig und so weiter. Und haben dann gesagt, ein Collie hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Aber lass uns mal gucken, was ist das denn so für ein Hund? Haben dann verschiedene Informationen aufgetrieben, ein bisschen recherchiert. Unter anderem auch über das Fell. Und das war so ein Knackpunkt bei uns, wo wir gedacht haben, guck mal, der hat doch so viel Fell. Der Rough Collie, dieser Monty, ist jetzt von einer ganz bestimmten Linie. Da komme ich gleich noch zu. Was uns aber überrascht hat, egal welche Linie, das Fell ist gar nicht so pflegeintensiv, wie man das denkt. Wir haben verschiedene Sachen gefunden. Und unterm Strich, und das war auch ein Zitat von irgendeiner Seite, muss man ihn, glaube ich, weniger kämmen, pflegen, als ein Golden Retriever. Da war so ungefähr alle zwei Wochen mal Bürsten. Und bei einem Golden Retriever war wöchentlich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das wird sich herausstellen. Da kann man ja bestimmt auch nochmal das ein oder andere Video drüber machen. Und generell unterm Strich nicht so pflegeintensiv, weil die nicht so viel Haare verlieren. Dass sie nicht so viel Haare rumliegen lassen, haben wir uns gedacht, ist dann auch wieder gut, wenn man mal Allergiker besucht. Unter anderem meine Eltern, dass wenn man mal da ist, die nicht überall ihre Haare hinwerfen. Und dann ist die allergische Bedrohung oder die Belastung eigentlich weg. Der Besuch ist wieder weg, aber die Haare liegen da rum. Also ist die Belastung doch nicht weg. Das fanden wir dann auch sehr interessant. Anderes Thema ist der Fellwechsel. Zweimal im Jahr, da kommt natürlich ordentlich was runter. Da muss man dann auch viel scheren und bürsten und hasse nicht gesehen. Das ist aber, denke ich, bei jedem Hund so. Der Fellwechsel, da kommt immer viel runter. Ist auch bei der Katze so. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt war bei uns aber auch noch das Wesen des Hundes. Das haben wir auch über den Collie gelesen, dass es für ihn auch mal okay ist, Ruhephasen zu haben. Den kann man auch fordern, den muss man auch fordern. Das ist ganz klar. Du kannst ja nicht einen Hund holen und nichts mit dem machen. Aber es ist für einen Collie vom Wesen her auch mal okay, wenn es mal auf der Couch ein bisschen ruhiger zugeht. Nach all dem, was wir auch von der Züchterin erfahren haben, können Collies das ganz gut ab. Es gibt natürlich andere Hunde. Huskies, Border Collies oder Australian Shepherds. Die müssen richtig gefordert werden. Die sind immer auf 180, immer hallo, 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 was passiert, was passiert. Das ist eine Sache von, das wollen wir erst gar nicht. Und da trauen wir uns auch nicht so ran, diesem Wesen gerecht zu werden. Sowohl was unseren eigenen Drive angeht, als auch die Zeit, die wir zur Verfügung haben. Und außerdem, eine Sache, das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt vielleicht komisch, vielleicht wird der ein oder andere oder die ein oder andere das aber noch nachvollziehen können. Wir wollten keinen Modehund haben. Es ist bei uns nicht nur so, dass wir, dass uns die Rasse eigentlich egal ist. Natürlich entscheidet man sich irgendwann für einen. Aber wir wollen auf keinen, keinen, keinen Fall einen Hund haben oder einen Züchter unterstützen, wo es um Mode, um Aussehen, um guck mich an, ich bin so gezüchtet worden, dass ich nicht mehr richtig atmen kann, gehe, geht. Das ist bei verschiedenen Hunderassen so. Ich weiß nicht, ich bin da auch kein Experte. Man bekommt ja einige Sachen mit, dass der Mops als Hund nicht richtig oder wenn er in diese eine Richtung gezüchtet wurde, nicht richtig atmen kann, weil das hier alles so oder dass er sehr klupschige Augen hat oder Sachen, dass Ohren extra in eine Richtung gezüchtet werden, dass die nach Rassestandard sind und dass die toll aussehen. Ich hasse sowas. Ich finde sowas nicht nur blöd. Ich finde sowas richtig scheißig. Ganz ehrlich, ich finde, sowas sollte verboten werden. Wenn mir jetzt Züchter zugucken oder Leute, die das ganz toll finden, dann bin ich halt nicht mit euch auf einer Wellenlänge, dann ist das halt so. Aber ich bin da ganz ehrlich, ich finde sowas richtig scheiße. Ein Lebewesen in die Art zu züchten, dass seine Lebensqualität sinkt, ist für mich der letzte Trick. Also nicht die Personen, die das tun, sondern diese Sache an sich, das sollte niemand unterstützen. Und wir wollten auf keinen Fall sowas haben. Und ich glaube, der Collie ist ein relativ standardmäßiger, normaler Hund, der jetzt nicht in irgendeine Richtung gezüchtet ist. Und hat natürlich auch seine gewissen Sachen, die so einen Rassestandard vorschreiben. Aber es gibt auch noch das andere, was ich gerade meinte. Und von daher sind wir da bei dem Collie auch ganz gut aufgehoben. Jetzt gibt es bei dem zwei Linien, das ist das, was ich gerade meinte, die amerikanische und die britische. Ich glaube, es gibt noch irgendwas mit einer deutschen, aber im Groben unterscheidet man zwischen den beiden. Nach all dem, was wir bei unserer Recherche herausgefunden haben, ist die britische Linie eher so ein bisschen fluffiger. Die haben auch manchmal ein bisschen mehr oder gerne mal ein bisschen mehr und ein bisschen längeres Fell. So ein bisschen schicker, ein bisschen stattlicher, etwas feineres Fell. Und das ist nicht so unseres. Guckt mich an, ich sitze ja auch in meinen Schlunzklamotten und habe auch keine Frisur. Ich hatte noch nie eine Frisur, ich hatte immer nur Haare auf dem Kopf. Das passt nicht zu uns. Wir sind nicht schickimicki. Wir haben keinen Hund, damit man sich den anguckt, sondern damit man ihn lieb hat und damit man ein tolles Familienmitglied hat. Und ich will damit nicht sagen, dass die britische Linie so nur für die feinen Damen und Herren ist. Aber für uns würde er nicht sein. Und wir finden es auch ganz gut, wenn man dann einen langen Haarkolli hat. Wenn er vielleicht ein bisschen weniger Haare hat, finden wir ganz nett. Und das ist bei der amerikanischen Variante nämlich auch der Fall im Großen und Ganzen, so im Durchschnitt. Ein bisschen robuster, ein bisschen robusteres Fell auch, vielleicht auch manchmal ein bisschen weniger Fell hier und da. Und das finden wir ganz gut. Und auch, naja, so alles in allem finden wir die amerikanische Linie schon besser. Und das Gute ist, wir haben eine ganz, ganz, ganz tolle Züchterin oder Züchterfamilie gefunden, wo genau diese Linie auch gezüchtet wird. Und für die haben wir uns dann letztendlich auch entschieden. Und bei dieser Züchterfamilie sieht es auch so aus, als würde da jetzt bald, wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, sei es nicht mehr so lange bis zur Geburt der Welpen. Wo wir gerade beim Züchter waren, eine Sache noch kurz, bis ich euch dann mal endlich ein paar Bilder zeige. Natürlich noch nicht von den fertigen Hunden, sondern von den Elterntieren und überhaupt. Ein bisschen was über den Züchter am Ende mit Bildern erzählen. Deswegen erzähle ich euch jetzt erstmal ein bisschen was in Worten. Und zwar haben wir am Anfang, wo wir noch nicht wussten, amerikanisch oder britisch, erstmal ein paar Züchter rausgesucht. Natürlich auch welche, die hier in der Nähe sind. Damit fängt man ja an. Von daher haben wir hier im Umkreis gesucht, was gibt es hier so. Golden Retriever gibt es viel. Dackel gibt es hier auch. Pudel gibt es hier. Collies sind nicht so vertreten. Auch wieder ein Punkt. Es gibt nicht so viele Collie-Züchter hier in der Umgebung. Deutschlandweit weiß ich das nicht, wie die jetzt im Vergleich zu anderen vertreten sind. Aber die waren schon ein bisschen weiter weg, sagen wir mal so. Haben dann auf jeden Fall auch verschiedene angeschrieben. Und sagen wir mal so, die Rückmeldung war neutral bis freundlich. So nach dem Motto, ja informieren Sie sich bitte über die Webseite. Wenn es soweit ist, gibt es weitere Informationen. Das war neutral, sachlich, Standard-Mail für viele Anfragen. Das hast du gleich gemerkt. Und dann gab es eine Person, die sehr schnell eine sehr persönliche Rückmeldung geschickt hat. Wo du gemerkt hast, hey, das war jetzt keine Sammel-Mail. Das war jetzt nicht nur so auf Antwort klicken, Antwort auswählen. Hier, so, tschüss, melden Sie sich bitte dann. Woraus auch sehr schnell ein Telefonat wurde. Und das hat uns natürlich gefreut. Wir waren super überrascht. Und das war eine Züchterfamilie in Richtung amerikanische Linie. Wir hatten uns mittlerweile auch informiert. Uns gefiel die besser. Aber man beschränkt sich natürlich nicht so auf einen, weil kannst du ja nicht. Dann hast du vielleicht ein Jahr oder zwei Vorlaufzeit. Gibt ja viele Interessenten. Auf jeden Fall haben wir dann einen netten Anruf, beziehungsweise ein nettes Telefonat geführt. Und das ist ja zu Zeiten von Corona sowieso ein bisschen schwierig. Kontakt und so weiter. Von daher ist Hinfahren immer schwierig. Das war das einzige Telefonat übrigens mit all den Züchtern. Vorher ging es nur per Mail. Hat auch niemand so gesagt, ich würde sie gerne mal kennenlernen. Ist, denke ich, mal wichtig auch für die Züchter, um zu wissen, wo kommen denn die Hunde überhaupt hin. Man ist ja keine Hundefabrik, Maschine, die dann zack, 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 im nächsten Jahr zack, 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 zack. Und dann sind die wieder weg. Auf jeden Fall war dieses, man ist natürlich nervös gewesen bei diesem Telefonat. Das ist ja doch irgendwie eine Art Bewerbung oder ein bisschen Bewerbungsgespräch. Man muss sich kennenlernen. Und wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass es wahrscheinlich viele Interessenten gibt. Trotzdem sind wir einfach ehrlich geblieben, haben unsere Situation geschildert. Wie sieht das aus, dass wir uns sehr viele Gedanken gemacht haben. Was wir so geplant haben, um das alles möglichst gut zu handeln. Natürlich kann man nicht alles immer planen, aber lieber mal Plan A, B, C haben, damit man weiß, was man tut, wenn es soweit ist. Was ich meine ist, Thema Notfall, Thema Arbeit, wie oft muss der Hund alleine sein, sind das möglichst wenig Stunden. Kann man hier auch mal einen Nachbar fragen, hey, kannst mal eben rüber. Hier sind ja viele mit Hundeerfahrung. Und vor allen Dingen auch so eine Sache, wie ist das mit der Erziehung des Hundes in Corona-Zeiten. Hier hat fast keine Hundeschule offen, Welpengruppe und so weiter. Großer Vorteil ist, hier, ich sehe die Wiese hinter dem Haus, da gehen pro Tag 30, 20 verschiedene Hunde durch von allen Altersklassen. Hier in der Dorfgemeinschaft gibt es viele, habe ich jetzt noch auf Facebook gesehen, viele Leute, die fragen, hallo, das ist der kleine Sohn so, er würde gerne mit gleichaltrigen Hunden ein bisschen sich beschnuppern, wäre super passend. Also was das angeht, sind wir hier gut vorbereitet, hier sind auch alle Rassen von einem kleinen, von allen Größen, von klein bis groß. Und da macht man sich natürlich auch Gedanken drüber. Und ich glaube, das weiß ich natürlich nicht, dass das bei der Züchterfamilie oder bei der Züchterin, mit der wir gesprochen haben, auch ganz gut ankam. Dann waren noch so ein paar auf persönlicher Ebene Sachen, die, glaube ich, ganz gut gepasst haben. Und am Ende saßen wir da und haben uns sehr gefreut. Und natürlich entwickelte sich dann weiter, das hat natürlich noch nicht gehießen, Ja, okay, sie bekommen meinen Hund dieses Jahr in dem nächsten Wurf, entwickelt sich dann weiter. Dann haben wir auch noch nach Buchtipps gefragt, haben viel ausgefragt und so weiter. Und das hat sich dann so langsam rauskristallisiert, dass wir dann doch dieses Jahr wahrscheinlich einen Hund kriegen werden von der Familie, von der Züchterfamilie. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Züchterfamilie heißt Familie Ohl oder Ohl Family. Ich habe auch extra gefragt, ob ich in diesen Videos habe das ein bisschen geschildert, was ich so mache auf YouTube. Und vielleicht guckt da der ein oder andere auch zu. Wenn ja, Hallihallo. Und natürlich macht man solche Videos nicht, ohne zu fragen, was darf ich erwähnen, was darf ich zeigen, ist es okay, wenn ich mit der Kamera da auch mal vorbeikomme, mit der da oder mit der da. Ich glaube, die Actioncam ist besser dafür. Das kannst du ja nicht einfach so machen, das wäre ja total unhöflich. Und da bin ich auf ganz, ganz offene Arme oder sagen wir mal offene Türen gestoßen. Natürlich mit den normalen Einschränkungen, das ist gar keine Frage. Aber ich darf euch berichten, ich darf sogar die Namen nennen, eine Webseite zeigen. Ist ja schließlich auch, ich weiß nicht, wie viele hier zugucken oder wie viele da auch interessiert sind, aber eine Art Werbung. Wer weiß, wie das mal ist nach Corona oder wenn das Interesse mal wieder ein bisschen abflacht. Und das mache ich natürlich gerne, gerne, gerne. Und wenn da ein Werbeeffekt durch entsteht, kann ich nur gut heißen. Finde ich nur gut. Das Wichtige unterm Strich, es gab zwei Züchter, die so ein bisschen, einmal die Familie Ohl und einmal Emily House. Ich will auf jeden Fall eines sagen, das Bauchgefühl war bei uns ganz wichtig. Die Emily House Züchter waren, wir haben jetzt Ende April, ich glaube, deren Wurf ist schon wieder weg. Das heißt, wenn wir uns bemüht hätten, hätten wir jetzt vielleicht schon einen Hund. Wer weiß. Wollten wir aber nicht. Wir haben gesagt, nein, der Kontakt zu der Familie Ohl, zu der Frau Ohl ist so toll und wir sind, die Wellenlinien passen und das mit den Hunden passt. Wir warten lieber noch ein bisschen. Wir warten und haben dann das bessere Bauchgefühl und ich bin sehr zufrieden, dass wir das gemacht haben. Die Welpen oder der Wurf von Züchter Emily House, die sind jetzt schon weg. Und dann haben wir halt keinen, dann warten wir noch ein bisschen länger. Haben wir mit dem Haus ja auch so gemacht. Was lange währt, wird endlich gut. Und eine Sache noch, bevor ich euch Bilder zeige, blöd, Bilder am Ende zeigen. Wahrscheinlich haben die Leute am Anfang geguckt und bis Ende geskippt. Oh, da gibt es Bilder. Wenn ihr bis hierhin zugeguckt habt, vielen lieben Dank. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wollt Bilder sehen. Das machen wir jetzt. So ein paar Elterntiere und vielleicht kommt noch die ein oder andere Information zum Züchter dabei rum. Ja, dann fangen wir mal an mit den Bildern. Und ich habe dieses Bild am Anfang ausgewählt, weil man hier einfach mal einen schönen Überblick über die Rasselbande hat. Ich weiß nicht ganz genau, wie aktuell alle Bilder sind, aber das Bild habe ich auch ausgewählt, weil das eines ist, was man auf der Homepage von der Familie Obel sieht, wenn man auf unsere Collies geht. Und weil man auf der rechten Seite hier eine Hündin sieht, die jetzt trächtig ist. Und ich weiß nicht, vielleicht bekommen wir ein Welpe von ihr. Hier rechts die Nike, die sieht man eine sehr, sehr, sehr hübsche. Ach, die sind eigentlich alle hübsch, das kannst du überhaupt nicht sagen. Aber auf jeden Fall eine von den Hündinnen, die trächtig sind. Und ich glaube, es handelt sich um drei trächtige Hündinnen. Einmal die Nike und einmal Lollipop und Betsy. Wir gehen jetzt einfach mal durch eine Auswahl von Bildern durch. Und ich zeige euch einfach mal, damit ihr nur einen Eindruck bekommt. Nicht ganz im Detail, so hier jede Hundevorstellung, sondern einfach nur, ihr wisst Bescheid. Hier nochmal ein ganz aktueller Gruß von der Familie Ohl. Die haben wir natürlich um Ostern rum bekommen. Und hier kann ich ja nochmal kurz eine Sache zu den Färbungen oder Farben sagen. Wir sehen hier zwei, Sable und Tricolor. Tricolor sind die etwas dunklen auf der linken Seite und Sable auf der rechten Seite. Es gibt dann auch noch die Färbung Blue Merle. Die sehen wir jetzt hier nicht. Ist auch, glaube ich, ein bisschen seltener. Wenn wir einen Welpen haben, ist der wahrscheinlich, oder sehr, sehr wahrscheinlich, entweder Tricolor oder Sable. Hier nochmal auch zwei super hübsche Hunde. Ich meine, ich kann das eigentlich bei jedem Bild sagen. Das sind einfach super hübsche Hunde. Und ihr seht auch da, die haben natürlich etwas längeres Fell, aber sind jetzt auch nicht so puffi und fluffi, wie man das manchmal von Langhaarkollis sieht. Und das ist auch das Ding dieser amerikanischen Linie. Wenn ich mich richtig erinnere, sehen wir auf der linken Seite Lollipop, eine der Hündinnen, die auf jeden Fall läufig waren. Und auf der rechten Seite Nayeli, auf jeden Fall super hübsche Hunde. Ich komme gar nicht klar, wenn ich mir die Bilder angucke. Hier sehen wir einen der Rüden, den Noah. Er steht ja auch drüber, das macht es mir leicht. Und ich glaube, Betsy und Noah. Ja, die haben zusammen, wisst ihr Bescheid, da ging es dann los. Hier geht es auch nochmal weiter. So ein paar Eindrücke, wie die Hunde so leben. Und ich mag den Fußboden sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch da super schön, super toll, tolle Hunde. Hier sehen wir Lollipop und Betsy, zwei der Sable-farbigen Hündinnen, die läufig und jetzt glaube ich auch trächtig sind. Da steht es auch drunter, Betsy und Nieke, zwei Mamas, zwei zukünftige Mamas. Nochmal die beiden, ach schön. Oh, guck mal, wie sie guckt hier oben. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, ich kenne die Bilder nur vom Handy. Nochmal die Betsy alleine. Und hier mal ein Bild, wo die ganze Rasselbande, glaube ich, ein bisschen erschöpft ist und einfach nur noch rumliegt. Oh, und jetzt seid ihr live dabei. Jetzt habe ich gerade über WhatsApp, in diesem Moment, wo ich das Video aufnehme, neue Bilder bekommen. Mit der Information, beide Hündinnen sind trächtig. Bei Betsy konnten wir sieben Welpen sehen, bei Nieke sind es vielleicht vier. Guck mal, da kann ich das gleich berichtigen. Ich glaube, ich habe von drei gesprochen. Jetzt wissen wir, dass zwei trächtig sind, Betsy und Nieke. Sieben und vier Welpen. Nieke ist die Tricolor, Betsy ist die Sable-Farbene. Und da kamen gleich zwei Bilder mit, die will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Und hier sind sie schon. Und ich glaube, hier sehen wir das eine Ehepaar. Das ist Betsy mit Noah, wenn mich nicht alles täuscht. Also Richtung Sable. Und hier sehen wir die beiden anderen. Das sind, glaube ich, Nieke und Alaska. Und bei Alaska sehen wir jetzt auch die dritte Färbung. Das ist Blue Merle. Ihr seht, hier ist das dunkle Fell nicht einfach einfarbig, sondern so ein bisschen, ja, durchsetzt mit noch ein bisschen grau-bläulichen. Und auf jeden Fall sieht man es hier auch auf der langen Schnute. Da ist das andere Ehepaar, könnte man jetzt genauso sagen. Ach, schön. Ja, ihr seht schon. Ihr habt es vielleicht auch gehört, ohne mein Gesicht zu sehen. Das Grinsen ist nicht mehr rauszubekommen. Wenn ich mir die Hunde angucke, das ist so, man sieht Hunde und es geht einem gut. Und das ist jetzt auch schon, wenn wir spazieren gehen. Jedes Mal, man lernt natürlich mit dem Sachkunden-Nachweis, den wir auch machen müssen. Es kommt ein Spaziergänger auf Sie zu. Was machen Sie? Ja, den Hund natürlich schön. Man will den Spaziergänger ja in Ruhe lassen. Man weiß ja nicht, mag der Hund, da hat er Angst. Und bei uns denken wir immer, ach, du kannst ruhig zu uns kommen. Ach, komm ruhig zu uns. Komm ruhig zu uns. Das macht uns gar nichts. Lauf ruhig zu uns. Die Besitzer sind immer sehr vorbildlich. Und manchmal kommt da ein Hund auch und wir freuen uns. Und dann wird uns auch nachgesagt, oh, Sie haben aber Hundeerfahrung, oder? Wo wir dann sehr stolz sind und dann aber sagen, nee, haben wir noch nicht. Aber wir haben vielleicht oder sehr wahrscheinlich, können wir ja jetzt sagen, bald ein. Und unterm Strich, wir freuen uns sehr, sehr darauf. Das Video ist jetzt wahrscheinlich schon wieder länger, als ich es wollte. Ihr kennt das von mir. Es ist immer so. Ich werde aber trotzdem viele Themen nicht behandelt haben. Manches werde ich vergessen haben. Manches wissen wir auch noch nicht. Manches ist noch nicht passiert. Dafür gibt es die Kommentare. Tobt euch aus. Und wie gesagt, wenn viele Fragen zustande kommen, dann machen wir mal so ein Frage-Antwort-Video. Vielleicht dann auch zu zweit. Und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Und was ihr jetzt live miterlebt habt, diese Nachricht von der lieben Frau Ohl, ist, weil heute ein Ultraschall-Termin war. Und jetzt bald, das ist jetzt mal eine Aussicht auf das nächste Video, sind wir dann auch zum ersten Mal da. Wir werden uns testen lassen, kurz vorher. Wir haben hier Tests zu Hause liegen. Thema Corona. Das machen wir sowieso immer bei der Arbeit, aber dann kurz vorher werden wir das machen, dass da auch alles sicher ist, natürlich mit Maske und so weiter. Und was das angeht, sind wir dann safe. Ich hoffe, wir können ein paar Aufnahmen machen, dass ihr live mal ein paar Hunde seht und wer weiß, was sich ergibt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, wenn Fragen sind, in die Kommentare. Und sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Macht es gut.